So, Random Talk 3. Random Talk 3, ja. Ich mach mal gleich weiter. Hier oben hab ich noch so ein Bild. Ist ein bisschen eingestaubt. Ja, das hab ich eingerahmt. Das war... Der macht so kleine Heftchen. Ein Bild, ein Witz. Bilder. Das war sehr witzig. Ich war am... Hier in Berlin. Am Landwerkkanal. Hatte einen Stand. Und ich war ein paar Mal an diesem Flohmarkt, um nach Magic Harten zu gucken. Und bin jedes Mal irgendwie an diesem Stand hängen geblieben. Hatte aber nicht so richtig Lust, mir was dafür zu kaufen. Irgendwann hab ich mir dann doch das Büchlein gekauft. Aber so ein Buch steht halt immer nur in der Ecke. Hier steht es auch nur in der Ecke rum. Deshalb hab ich mir was zum Aufhängen geholt. Und hab das hier oben drauf gelegt, damit ich's nicht sehe.